Herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt beim Fenster Ursprungsgerade Pfeil Gleichung. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie man die Steigung einer Geraden ablesen kann. Und dein Ziel für dieses Video ist es, die Geradengleichung einer Ursprungsgeraden anzugeben. Das bedeutet, wir haben eine Ursprungsgerade in einem Koordinatensystem dargestellt und wir sollen die zugehörige Geradengleichung finden, die diese Ursprungsgerade beschreiben. Hier sehen wir nun ein Koordinatensystem mit einer eingezeichneten Geraden. Wir können sofort erkennen, dass die Gerade durch den Ursprung geht, also durch den Punkt 0,0. Das heißt, es handelt sich um eine Ursprungsgerade. Wollen wir nun die zugehörige Geradengleichung angeben, dann müssen wir zunächst die Steigung dieser Gerade hier ablesen. Wie wir schon gelernt haben, ist die Steigung definiert, also k ist definiert, als das Verhältnis aus einer y-Änderung zu einer x-Änderung. Das heißt, wir wollen für diese Gerade, für diese Gerade im Koordinatensystem hier eine x-Änderung ablesen und dann die zugehörige y-Änderung herausfinden. Wenn wir hier beim Ursprung beginnen, können wir einen Schritt nach rechts gehen. Das heißt, wir gehen hier von der x-Koordinate 0 bis zur x-Koordinate 1 und das ist unser Delta x. Dann von der x-Koordinate 1 weg, gehen wir hier nach unten, bis wir wieder auf die Gerade treffen. Und dieser Abstand ist unser Delta y. Das heißt, für diese Gerade haben wir hier ein Delta x von 1 und ein Delta y von minus 2. Weil sicher hier die y-Koordinate von hier weg, also vom Ursprung weg, da ist die y-Koordinate 0 und hier bei dem nächsten Punkt, den wir hier finden, ist die y-Koordinate minus 2. Das wäre mein Delta y von minus 2. Wenn wir das nun in unsere Formel für die Steigung einsetzen, dann erhalten wir minus 2 durch 1. Also insgesamt kommt für die Steigung minus 2 raus. Kurz zur Wiederholung. Was bedeutet der Wert der Steigung? Das bedeutet, wie viel sich die y-Koordinate ändert, wenn sich die x-Koordinate um genau 1 ändert. Das heißt, das können wir hier ganz schön erkennen. Wir haben hier, wir sind einen x-Schritt gegangen. Das heißt, die x-Koordinate hat sich um 1 geändert und dann ändert sich unsere y-Koordinate um minus 2. Also von 0 auf minus 2. Das heißt, mit der berechneten Steigung können wir nun die fertige Geradengleichung hinschreiben. Diese lautet dann minus 2 mal x. Gehen wir nun zur nächsten Aufgabe. Wir sehen hier wieder eine Ursprungsgerade. Das heißt, eine Gerade, die durch den Punkt 00, also durch den Ursprung durchgeht. Wir suchen uns wieder einen weiteren Punkt, für den wir die Werte sehr, sehr gut ablesen können. Das wäre hier zum Beispiel der Punkt 1, 1, also bei der x-Koordinate 1 und bei der y-Koordinate 1. Diesen Punkt können wir auch gut ablesen. Nun, unser Ziel ist es, wieder die Geradengleichung zu formulieren. Das heißt, wir wollen zunächst wieder unsere Steigung k ermitteln. Die ist definiert als Delta y durch Delta x, also das Verhältnis aus der y-Änderung zur x-Änderung. Lesen wir die entsprechenden Werte wieder hier im Koordinatensystem ab. Wir gehen vom Ursprung weg, also vom Punkt 00. Hier ist unsere x-Koordinate 0. Wir gehen hier einen Schritt nach rechts und haben hier das Delta x und hier von der x-Koordinate 1 weg, gehen wir dann nach oben und finden hier den Wert Delta y. Für diese Gerade ist das Delta y 1, denn wenn wir die beiden Punkte betrachten, dann ändert sich die y-Koordinate genau um 1. Sie ist hier am Anfang 0 und dann ist sie 1. Und die x-Koordinate ändert sich ebenfalls genau um 1. Also ist unser Delta x ebenfalls gleich 1. Das heißt, wir können nun die Steigung Steigung berechnen. Wir haben Delta y 1 und Delta x auch 1, also 1 durch 1 und somit ist unsere Steigung gleich 1. Das heißt, wir können nun die Geradengleichung angeben. Diese lautet dann einfach y ist gleich 1 mal x, weil die Steigung hier 1 ist. Das heißt, wir können hinschreiben y ist gleich x. Schauen wir uns nun die dritte Aufgabe an. Aber bevor wir für diese Gerade die Geradengleichung gemeinsam finden, versucht das zunächst bitte doch alleine und passiere dazu kurz das Video. Am Anschluss werden wir dann gemeinsam über die Lösung sprechen. Gut, also bei der hier eingezeichneten Gerade handelt es sich wieder um eine Ursprungsgerade, sprich die geht durch den Punkt 00, also durch den Ursprung. Wir suchen nun wieder einen weiteren Punkt auf der Geraden, für welchen wir den sowohl die x-Koordinate als auch die y-Koordinate gut ablesen können. Und hier finden wir den Punkt hier oben. Bei diesen ist die x-Koordinate 5 und die y-Koordinate 2. Für diesen Punkt können wir sowohl die x-Koordinate als auch die y-Koordinate gut ablesen. Das heißt, er eignet sich um die Steigung k zu ermitteln. Diese, wie wir ja schon gelernt haben, ist definiert als das Verhältnis einer y-Änderung zur x-Änderung. Das heißt, wir lesen wieder die Änderungen aus der Geraden ab. Wir beginnen hier im Ursprung und gehen hier bis zur x-Koordinate 5. Das heißt, das ist unser Delta x und das ist genau 5. Wir beginnen hier im Ursprung bei der x-Koordinate 0 und wir gehen bis zur x-Koordinate 5. Das heißt, unser Delta x ist 5. Und das Delta y, die y-Koordinate ist im Ursprung ebenfalls 0 und wir gehen hier auf die y-Koordinate 2 rauf. Wir können hier das Delta y einzeichnen, also die y-Änderung und wie bereits gesagt, wir beginnen bei der y-Koordinate 0 und haben eine Änderung hier nach oben, sind dann auf der y-Koordinate 2. Das heißt, unser Delta y ist 2. Mit diesen Werten können wir nun wieder die Steigung k berechnen. Das heißt, für Delta y setzen wir 2 ein und für Delta x setzen wir 5 ein, haben somit eine Steigung von 2 Fünftel und können nun wieder die Gleichung der Geraden aufstellen und diese lautet dann y ist gleich 2 Fünftel mal x.